Ich bin Bauleiter bei der PORBAU GmbH im Bereich der Revitalisierung. Ich als Bauleiter bin verantwortlich für die gesamte Baustelle. Es ist einfach die wichtigste Baustelle im ganzen Land. Alle schauen dir zu. Die Verantwortung im Umgang mit der historischen Bausubstanz, mit den vorangegangenen Sanierungen, machen dieses Projekt schon sehr einzigartig, weil es einfach nicht nur ein altes Gebäude ist, es sind viele alte Gebäude in vielen verschiedenen Phasen. Ja, absolut. Also dadurch, dass beides ja alt ist, braucht beides von Zeit zu Zeit Zuwendung, Reparaturen, Sanierungen. Es macht oft keinen Sinn, es einfach nur wegzuschmeißen und auszutauschen. Wir sind hier in unserer Werkstatt, die ich mit meinen vier Freunden teile. Wir interessieren uns für Autos und Motorräder. Wir interessieren uns vor allem für dieses eine alte Auto, das ist ein Opel Calibra V6. Wir interessieren uns vor allem für diesen Tag. Toll ist es ein Opel Calibra V6. Wir interessieren uns vor allem für die Tank. Toll ist uns vor allem für die